Guten Morgen! Es ist jetzt exakt 4.06 Uhr und wir fahren in zwei, drei Minuten los zu einer schönen Bucht, wo wir einen Sonnenaufgang fotografieren wollen. Die Bucht ist etwa eine Stunde 15 von hier weg, deshalb müssen wir echt früh los. Ich glaube, jeder hat sich heute rausgequält, aber die Bilder werden sich lohnen. Es ist kurz nach 6 Uhr. Wir haben unsere Shooting-Location erreicht, sind ein bisschen schon durch Felsen gegrabbelt und ein Model ist schon hier. Die ruht sich gerade mal aus von dem extrem anstrengenden Aufstieg hierher. Da sind schätzungsweise 50 Höhenmeter bis zum Meer, aber halt echte Steilküste und mussten ein bisschen krabbeln. Ja, Aussicht ist grandios. Man sieht schon der Himmel, auf dem Video wahrscheinlich nicht, dass der Himmel ein bisschen rosa wird. Die Sonne geht, denke ich, in den nächsten fünf bis zehn Minuten auf. Also, ihr werdet gleich noch ein paar Shooting-Bilder sehen, wie wir dann wirklich fotografieren mit den Modellen und ja, lasst euch überraschen! Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.